So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eigentlich habe ich heute schon eine Folge Pokémon GO aufgenommen, dann habe ich einen Stream gemacht, habe davor noch eine Folge Pokémon GO aufgenommen, weil ja schon der nächste C-Day wieder angekündigt wurde, jetzt während des Streams schon wieder hauen die die nächste News raus. Wir wussten ja alle, dass am Freitag ein neues Mega Pokémon in die Raids kommen soll, also ab 10 Uhr wechselt der Mega Raid Boss, ab 11 Uhr kann man den neuen Mega Raid Boss dann raiden, dann möchte ich einen Community Raid machen, vor Ort 10 Leute einladen, die sich im Community Tab dann eintragen und abends ab 18 Uhr möchte ich direkt Raids für Zuschauer machen mit dem neuen Mega Raid Boss, weil viele am Anfang das natürlich brauchen, mal raiden wollen, dreimal, dass sie es entwickeln und dann abgehakt haben, richtig geniale Sache auf jeden Fall, da freue ich mich schon drauf, denn keiner weiß, was es ist. Mein Tipp war ja, dass es entweder Mega Stolos sein wird, weil das ja schon seit 100 Jahren jetzt im Datenverkehr gefunden wurde, oder Mega Kangama, weil das jetzt vor kurzem im Datenverkehr gefunden wurde, oder Mega Latias-Latios, weil das irgendwie auch zum Luftfestival gehört, Latias-Latios, da aus Fotobombs kommt, da jetzt Giovanni auch Latias und Latios dann hat als Krypto-Pokémon, also irgendwie haben die jetzt auch eine Bedeutung. Wir wissen natürlich nicht, was, nach diesem Trailer hier liegt die Vermutung jetzt aber nahe, dass es doch Mega Kangama sein könnte, weil Kangama einfach in diesem Trailer mitzusehen ist, als einziges neues Mega-Pokémon. Was natürlich mega stark wäre, da das ja eben auch ein kontinentales oder regionales ist, wie auch immer, viele Leute das noch gar nicht haben, oder eben das Shiny davon nicht haben, was sie dann dadurch auch bekommen würden, könnten und Raids für Zuschauer dann natürlich noch stärker wäre, obwohl wahrscheinlich auch nicht, weil das ist ja dann überall. Also ist es dann ja gar nicht mehr regional, wenn du das dann überall einfach raiden kannst. Was es jetzt damit aber auf sich hat und was es sonst noch gibt bei diesem Mega-Update für Mega-Entwicklungen, dann haltet euch fest, das ist wirklich mega krass, sage ich jetzt schon, weil viele Leute sich immer aufgeregt haben, ja, du entwickelst das und dann hält das nur 8 Stunden, dann ist das weg und dann kannst du es gar nicht nochmal entwickeln. Es wird wohl keine Mega-Energie mehr benötigt werden, wenn ihr ein Mega-Pokémon entwickelt habt, um es das zweite Mal wieder zum Mega-Pokémon zu entwickeln. Das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Änderung, aber sagen wir euch gleich alles. Ich möchte euch erstmal das hier zeigen, dieses kleine Video, was hier ist, das ist dieser Trailer, der jetzt gezeigt wurde. Soon, Mega-Evolution in Pokémon GO will get a Mega-Update. Mega-Levels mean Mega-Bonuses. And it'll be easier to Mega-Evolve your Pokémon. Available now in select locations and rolling out globally soon. So, das war eigentlich der ganze Trailer schon, ihr seht, da ist Mega-Glurak, Mega-Bisa-Flor, da ist Mega-Turtog, aber da ist auch ein Mega-Kangama einfach drin. Was hat dieses Kangama in diesem Trailer zu suchen, wenn das nicht ein Spoiler sein soll, auf das vielleicht Mega-Kangama jetzt kommt? Für dieses Mega-Update. Es gibt dieses Entwickler-Tagebuch, da ist ja auch nochmal ein Video, das geht ewig lang, ich glaube, so viel Zeit haben wir jetzt nicht, aber es ist zusammengefasst und nochmal was da drin ist. Ich kann euch trotzdem aber ganz kurz nochmal hier einen Einblick zeigen. Wenn ihr auf dieses Entwickler-Tagebuch geht, kommt ein sehr netter Herr. Sieht aus wie Kofi Kingston von der WWE. Der redet hier auf jeden Fall ausschweifend über die Mega-Entwicklungen, sagt, was es alles so gibt und worauf er sich am meisten freut. Und dann sind einzelne Punkte auch nochmal genannt. Eine Neuerung ist zum Beispiel, dass ihr dann mit diesem Mega-Update nicht mehr nur in eurer Pokémon-Aufbewahrungsbox die Mega-Entwicklung durchführen könnt, sodass ihr das also vor einem Kampf, vor einem Raid machen müsst. Ihr könnt auch, wenn ihr in der Lobby seid, bei einem Raid und sagt, hmm, ich habe jetzt nur einen Glurak drin, aber eigentlich wollte ich die Mega-Entwicklung mitnehmen. Ihr könnt während ihr in der Lobby seid die Mega-Entwicklung noch zuschalten und es in der Lobby als Mega-Entwicklung entwickeln. Das sieht man hier zum Beispiel, ihr seid ja gerade in einem Kampf. Und könnt dann, während ihr dort wartet, noch einfach eine Mega-Entwicklung durchführen. Das ist auf jeden Fall sehr genial. So seid ihr flexibler und könnt spontaner reagieren. Dann ein zweiter Punkt. Most Mega-Reds will be easier. Also, die meisten Mega-Reds werden einfach leichter zu bezwingen sein. Das war nämlich immer so, wie ihr auch im Titel sagt, in dem Video, dass viele Bock hatten, Mega-Reds zu machen, dann aber sehr frustriert darüber waren, dass sie mit ihren Spielern, die sie zur Verfügung hatten, meistens nicht in der Zeit es geschafft haben, den Mega-Boss zu besiegen, sehr frustriert darüber waren. Es wird wohl möglich sein, dann viele Mega-Raid-Bosse mit deutlich weniger Spielern zu besiegen, sodass ihr trotzdem leichter an die Energie kommt und der Spaß mehr im Vordergrund steht, als jetzt diese harte Competition. Wird ja auch nochmal was gesagt oder gezeigt, glaube ich. Ja gut, das sollte eigentlich also eine extra Herausforderung sein, aber dann sollte der Spaß noch im Vordergrund stehen, wie gesagt, sodass ihr also mit weniger Leuten auch dann da hinkommen könnt. Dann, was auch wichtig ist, Mega-Levels werden eingeführt für eure Mega-Entwicklungen. Immer wenn ihr also ein Mega-Pokémon mega entwickelt, sammelt ihr sozusagen Punkte für euer Mega-Level. Es gibt verschiedene Stufe von eurem Mega-Level. Je öfter ihr eine Mega-Entwicklung durchführt, je öfter es die Mega-Entwicklung macht, desto mehr Mega-Punkte sammelt es, um aufzusteigen und mit jedem Mega-Level, was es erreicht, kriegt ihr verschiedene Boni, die während der Mega-Entwicklung dann aktiv sind. Wir wissen ja zum Beispiel, wenn eine Mega-Entwicklung jetzt aktiv ist vom Typ Geist, könnt ihr in dem Moment, wenn ihr Geist-Pokémon fangt, mehr Bonbons bekommen oder sowas. Oder wenn eine Mega-Entwicklung im Kampf ist, stärkt das auch eure Freunde mit und die mit dem gleichen Typen oder so kämpfen. Jetzt gibt es aber noch mehr Boni, die dann auf diesen diversen Mega-Leveln geschalten werden. Seht ihr dann aber auch, steht unten nochmal erklärt. You work towards increasing its Mega-Level. You'll get more Bonuses every time a Pokémon's Mega-Level goes up and these Bonuses will stay active while your Pokémon is mega-evolved. The higher your Mega-Level, the better the Bonuses. For example... The higher your Mega-Level. Es gibt auf jeden Fall, so wie es aussieht, hier drei Stufen, sagt der Kofi Kingston. Certain Mega-Levels will increase your chance... Und da ist auch alles aufgelistet, was es dann gibt. Ah, ist voll doof, wenn man hier drauf drückt, dass immerzu die Boomfang-MC's hier reinkommen. ...earning Candy XL, when you catch Pokémon that are the same type as your Mega-evolved Pokémon. In listening to Trainer Feedback, we heard that Mega-Raids are big investment with mixed rewards. In response, we took a look at how we can make... So, wer ein bisschen Englisch kann, der wird das ja eh alles verstehen. Aber das Krasseste, was am Ende auch noch kommt, ist das jetzt schon? Sagt er das jetzt schon? Wo ist denn das? Dass es eben ab dann auch möglich ist, wenn man eine Mega-Entwicklung durchgeführt hat, dass man für das zweite Mal, dieses Pokémon als Mega-Entwicklung zu machen, man keine Mega-Energie mehr braucht. Und das ist mega stark, oder? Hat natürlich noch einen Haken, aber den werdet ihr dann gleich sehen. Lass uns das mal kurz durchlaufen noch. Also es war an diesem Screen auch schon gezeigt, dass, wenn ihr ein Pokémon schon mal auch Mega-Entwickelt habt, dass im Hintergrund auch die Mega-Entwicklung zu sehen ist auf dem Display, sodass ihr vielleicht auch erkennt, okay, den habe ich schon mal Mega-Entwickelt oder irgendwas hin und her. Und die Mega-Energie wird nicht mehr dafür da sein, dass Pokémon dann ein zweites Mal Mega zu entwickeln, sondern wenn er das Mega-Entwickelt war, hat er sozusagen wie eine Abklingzeit, dass es sich danach ausruht, nachdem es Mega-Entwickelt wurde, und sagt, oh Digga, ich war gestern erst Mega drauf. Ich habe so einen Kopf. Ich glaube, heute kann ich nicht mehr. Ich kann erst morgen wieder, ne? Und wer sowieso sagt, ich setze jeden Mittwoch zur Raid-Stunde eine Mega-Entwicklung ein, braucht also keine Mega-Entwicklung mehr, weil das in der Woche ist dieser Cooldown abgelaufen. Ihr könnt einfach das immer wieder nehmen. Wer aber sagt, es ist gerade geschrumpft, ich will aber direkt wieder Mega entwickeln, der kann die Mega-Energie jetzt dazu nutzen, um diese Ruhephase zu überbrücken. Wer sowieso aber verschiedene Mega-Entwicklungen immer mal nimmt und alles, und das Pokémon häufig wechselt, braucht ja diese Ruhephase nicht zu überbrücken. Kann das einfach ausruhen lassen, sich auf ein anderes konzentrieren. Finde ich also unglaublich toll. Klingt auf jeden Fall mega genial. Mann hat die Melonen gehabt. So, und da freut er sich also total, ne? Und ich mich auch. Und dann steht alles zusammengefasst auch nochmal drunter auf Deutsch, wenn ihr das so habt. Also die Highlights. Die meisten Mega-Rades werden leichter, sodass ihr sie mit weniger Spielern schaffen könnt. Die Mega-Entwicklung eines Pokémon ist jetzt über den Vorbereitungsbildschirm für Raid-Kämpfe und andere Kämpfe möglich. Dem Bericht von Pokémon, für die die Mega-Entwicklung schon einmal ausgelöst wurde, wird ein visueller Effekt als Andenken an dieses bedeutsame Ereignis hinzugefügt. Also ihr seht dann im Hintergrund dabei auch im Pokémon schon diese Mega-Entwicklung dahin gemacht. Wir führen Mega-Levels ein, und ändern das Konzept rund um Mega-Energie. Mega-Meister, Einführung von Mega-Leveln. Ein Pokémon-Trainer hilft seinem Pokémon über sich hinaus zu wachsen und wir geben jetzt auch eine weitere Möglichkeit, das zu erreichen. Mega-Levels. Das neue Mega-Level steigt mit jeder ausgelösten Mega-Entwicklung eines Pokémon. Mit steigendem Mega-Level werden neue Boni freigeschalten. Diese sind aktiv, solange das Pokémon sich in der Mega-Form befindet. Jedes Mega-Level gewährt eigene Boni. Einige Boni variieren nach Pokémon und verbessern sich mit dem Anstieg des Mega-Levels. Aktuelle Boni haben wir, dass man mehr Bonbons bekommt, wenn man der gleiche Typ ist und dass andere Trainer auch in Raids mehr Schaden machen. Jetzt legt die Katze sich wieder auf die Tastatur. Da muss ich das wieder mal kurz hier hochmachen. Adi, du sabotierst schon wieder alles. Hoffentlich wird die Aufnahme nicht beendet. Das hat er nämlich schon mal gemacht. Da musste ich alles neu einsprechen. Die Pokémon anderer Trainer richten in Raid-Kämpfen und Arena-Kämpfen mehr Schaden an, wenn ein Mega-Pokémon im Kampf aktiv ist. Attacken vom Typ des Mega-Pokémon richten sogar noch höheren Schaden an. Neue Boni, die dazukommen, erhöhte Chance auf XL-Bomboms beim Fangen von Pokémon, die sich einem Typ mit einem Mega-Pokémon teilen. Mehr EP für das Fangen von Pokémon, die sich mit einem Typ des Mega-Pokémon da teilen. Da hängt jetzt das Ohr von der Katze davor. Die Ruhephase eines Pokémon verringert sich mit steigendem Mega-Level. Denken wir mal am Anfang zum Beispiel, das dauert sieben Tage, bevor ihr das wieder kostenlos entwickeln könnt. Wenn das Mega-Level aber auf der Hälfte ist, da braucht ihr vielleicht nur noch fünf Tage. Wenn das Mega-Level ganz oben ist, braucht ihr vielleicht nur noch einen Tag und könntet täglich einmal das einfach kostenlos Mega entwickeln oder so, sind nur Beispiele. Mehr Mega-Momente, einmalige Kosten für die Mega-Entwicklung. Mit diesem Update wird eingeführt, dass es nach der ersten Mega-Entwicklung eines Pokémon keine Mega-Energie mehr kostet, die Mega-Entwicklung bei diesem Pokémon erneut auszulösen. Nach der Mega-Entwicklung ist das Pokémon jedoch erschöpft und muss sich für eine gewisse Zeit erholen, bevor die Entwicklung erneut ausgelöst werden kann. Nach der Ruhephase kann die Mega-Entwicklung bei diesem Pokémon ohne Einsatz von Mega-Energie wieder ausgelöst werden. Ihr könnt die Mega-Energie einsetzen, um die Ruhephase zu verkürzen. Je kürzer die restliche Ruhephase, desto weniger Mega-Energie müsst ihr einsetzen, um die Mega-Entwicklung erneut auszulösen. Hat für mich also alles Hand und Fuß. Finde ich auf jeden Fall mega interessant. Was denkt ihr? Wird es Kangama sein, was uns am Freitag heimsucht? Würdet ihr euch freuen, wenn es Kangama ist? Habt ihr schon einen Shiny Kangama? Habt ihr überhaupt schon einen Kangama? Freut ihr euch auf dieses Mega-Update? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und hier, damit ihr mich seht, das ist die Katze. Guck. Die hat sich jetzt hier breit gemacht. Deswegen muss ich hier alles umlagern. Adi, Schatz. Alles Gude. Und das war es von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut. Tschüss.